Hallo, ich wollte euch heute mal was zeigen. Lasst euch das mal an! Meine Welt! Und das kommt auch gerade bei euch. Mein hübsches Haus hier. Okay, jetzt hab ich das schon gesehen gedacht. Und dann gehen wir mal nach oben. Das, was schön ist für euch. Hahaha, reingelegt. Nein, also ich hab hier mal so langweilig die Warte gebaut. Und dann haben wir hier ein Burgschloss, ja. Schlossburg, ich weiß nicht, was ich sage. Ich hab aber mal was im Tisch. Dann haben wir hier mal ein paar Bäume zu pflanzen. Dann gehen wir hier mal zurück. Oh, shit. So, zurück kurz. Und, ja. Dann gehen wir hier mal zurück. Oh, shit. Das Pilzfarm ist jetzt eine superschöne Pilz. Die können wir auch ganz einfach ernten. Aber dann müssen wir diese wieder halbieren. Dann hab ich hier halt noch ein paar Blomchen. Da steckt 3 Minuten, da steckt 10 Minuten Arbeit drin. Ich hoffe euch hat das heute mal wieder gefallen. Und ich lasse jetzt noch ein paar Mal dort. Aber das war das auch schon nicht. Dann erst mal wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss, euch und Dr. Evo. Ich weiß jetzt nicht mehr die Dr. Evo.